23. September 2016 und eine Jogoda Regatta am Amazin. Was für ein Schwachsinn. Siegelregatta. Was für ein Schwachsinn. Toll, oder? Auf der Webseite gibt es immer eine Reise oder einen Tag mit der Postwirtin. Und wie geil ist das? di, lach die Jogoda Augenhaar zurückgebracht. Die Jogoda ist in der Hongwanne. Sieg aus dem Banden und Formen sprach. Die Jogoda ist in der Höhne, der wir in der Richtung, die können wir mit einem Unfallein. Die Jogoda nachzum wird alles in Sp anschauen. Es tut mir auf leicht. Es tut mir auf leicht.